um hallo und heute bekommen wir bis zu von diesem unteren Schiff das aus Holz besteht und ich habe mich ganz gut aber ich bin wirklich total abgut, das ist total wie okay, ein Indianer-Klinkelschmerz keinen Schmerz also das hier besteht das Holz ganz total das wird ja auch in den Plastik, es wäre ja nicht so, dass aus Plastik bestehen würde das wird eigentlich in echt schon, aber verratet das keinem ja, und dann, jupp ich möchte euch über Holz reden dieses wunderschöne Ding hier, was ich da wollte schon mal gemacht hab wo die Augen auch wunderschön aussehen ja, wegkern vielleicht halten die wunderschöne Augen sogar noch schöner als Männer und besser als meine Stimme die jetzt nämlich total im Arsch ist gerade nur mal so, äh, bei der Füge gezeigt hat ich mich nur noch wegen meiner Stimme und so und jetzt, wir haben Jänner oder Februar nein, ich glaube, wir haben jetzt September! ja, mir ist eingefallen und das wäre auch schon der Ende heute ist 26. September und dann ist es bald der Ende und dann kommt am 12. Oktober früh so kommt man raus, XY ich freue mich so total Geld in Übermengen haben wir schon darauf total fort und so, und ja, um Holz möchte ich euch reden und ja, mein erstes fangen wir mit dem Schreibtisch Baum so groß wie ein Hochhaus keine Ahnung, so 50 Föcke 58 Familien passen rein und ähm, an sein Essen wachs schreibtisch weg wachsende Schreibtische die muss man nur noch wücken also die Elke reiben ihr Hörner an und so ein Punkt dann fallen schreibtisch drauf und dann aus dem Wald den Zegerwerk und dort können dann die Tischler der Schreibtisch vollenden und das ist die Geschichte der Schreibtische ist meine Freunde und den ja und um das ganze andere Zeug von Holz und so in Übermengen ähm zum Teil mein Bett sogar Schreibtisch hier ja, der was vom Schreibtisch Baum kommt dieses wunderschöne Dingsdorf das Schiff nicht aber dieser wunderschöne Bilderrahmen auch hoffentlich mag wenn nicht das Holz besteht bei der Schale und es steht ja nicht ja, und Bilderin hab ich mir gedacht und das schon cool nein, selbstgemacht ja, früher konnte ich das noch ja, und ähm ja, und ähm dieser Schrank hier neben mir und er befindet uns der anderen und der das Bilderrahmen der Bilderrahmen da hinten haben wir eine Maske die Kaiserführer so heißt, und er und ich bin nur vor, dass ich meines Grünfaßes nicht zuvor genommen habe beziehungsweise dass sie weggeworfen wurde von äh Etern vielleicht kenne das ja vielleicht auch nicht hier Richtung Spielverkehr ähm und ja ja, also nicht so viel da und der Kasten da hinten ist wieder Holz mein ganzer Boden ist Holz da oben alles ist Holz der Kasten da ist Holz mein Aquarium ist Holz der Kasten da ist sogar dieser Würfel hier das Holz glaubt man kaum und wir haben jetzt wo sogar richtig gezeigt sind immer man muss natürlich von links nach rechts lesen also von hier aus ist es links nach rechts also eigentlich von hier ja von mir aus wenn ihr mich jetzt so sehen und mich bei euch so reinpasst wäre hier links und hier rechts ich muss man von hier nach so rüber lesen Verstanden? also Holz ist was wirklich schönes und die Eichkarte sind ziemlich ziemlich dumm ich mache ja in der ausfällig er hat die Verkarten ihre Mieter vor er hat beziehungsweise das macht man wir sind wir haben 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 das war das war das war das war das war das war das das war das war das war das war das war das schmeckt sogar noch nach Hund Haar Haar im Mund das schmeckt nach Hund da habe ich Haare im Mund war doch also ich kann ich kann nicht ich tun es ja sehr häufig weh und meine Stimme nicht mehr so wie sie einmal war aber schon so jetzt muss ich mir noch die Mahnwähler aus Heiler des Tages Töcher 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 ... ist gosten sind bestanden ... der das so wie Geld an Bäumen. Also es wird nicht aus Holz gemacht, es wächst wie Geld. Papier wächst an Bäumen. Genau so wie Geld. Minecraft lügt und es wird auch nicht aus Holz gemacht. Mit dieser Einsicht des Tages beende ich mich und die Aufnahme. Ciao.